Vielen Dank für Ihre Einladung und für Ihre Zeit. Viele Menschen in der Volksrepublik Donetsk, aber auch Beobachter fürchten, dass es während der Fußball-Weltmeisterschaft Versuche geben wird, die DNR zu erobern. Ist diese Angst begründet? Angst gibt es keine, aber es gibt begründete Befürchtungen. Ich bin mir sicher, dass die oberste Führung der ukrainischen Streitkräfte solche Pläne hat. Und ich bin überzeugt, dass sie versuchen wird, diese umzusetzen. Doch ich sage noch einmal, wir haben keine Angst. Wir sind für jede Zuspitzung an der Trennlinie bereit. Welche Möglichkeiten hat die Volksrepublik Donetsk, die Eroberung großer Städte wie Gorlovka abzuwehren? Ich möchte daran erinnern, dass wir das vierte Jahr lang schon kämpfen. Unsere Truppen sind geschult, gut bewaffnet und haben eine enorme Erfahrung. Im Gegensatz zu den Truppen, die uns gegenüberstehen. Darum wird jeder Versuch des Gegners, jeden beliebig großen Ort der Volksrepublik Donetsk einzunehmen, zurückgeschlagen werden und scheitern. Vielleicht können Sie ein Geheimnis lüften. Wie haben Sie sich auf die mögliche Eroberung großer Städte vorbereitet? Bei meiner Reise durch die Volksrepublik habe ich nichts Besonderes bemerkt. Aber vielleicht können Sie dazu etwas berichten. Wenn Sie hier durchfahren und nichts merken, dann ist das sehr gut. Würden Sie etwas merken, würden es alle anderen auch tun. Wenn es aber niemand merkt, dann wird das eine große, unangenehme Überraschung für den Gegner. Ist es möglich, dass die Volksrepublik Donetsk bei einem Angriff der Ukraine auf Donetsk oder Gorlovka um Hilfe aus Russland bittet? Das ist eine gute Frage. Glauben Sie mir, wir werden selber genug Kraft haben, um diesen Schlag abzuwehren und adäquat darauf zu antworten. Aber wenn Russland uns Hilfe anbietet, dann werden wir nicht Nein sagen. Ist es möglich, dass die Ukraine nicht versuchen wird, ihre Republik zu erobern? Stattdessen könnte sie die Volksrepubliken ständig quälen und beschießen. Und sie müssten viele Jahre unter diesen Bedingungen leben. Wenn wir uns an ähnliche Fälle in der Geschichte erinnern, dann können wir an Europa denken. An die Rosenkriege, den 100-jährigen Krieg, den 30-jährigen Krieg. Damals war das Gebiet viel größer. Es waren viel mehr Menschen in diese Kriege verwickelt. Und sie haben auch irgendwie geliebt. Doch eigentlich bin ich mir sicher, dass so etwas hier nicht gelingen wird. Die Ukraine hat viele Dinge, die ihr Nachteile bringen. Der große, sich hinziehende Konflikt. Doch sollte das trotzdem eintreffen, die Zeit ist auf der Seite der Volksrepublik Donetsk und der Volksrepublik Lugansk, des Donbass im Allgemeinen. Die Zeit ist nicht auf Seiten der Ukraine. Je länger sich der Konflikt hinzieht, desto tiefer wird die Ukraine in Chaos und Unfug versinken. Erst recht, weil ihnen Wahlen bevorstehen. Jedenfalls muss eine Entscheidung getroffen werden. Ich bin mir völlig bewusst, dass diese Entscheidung kaum auf diplomatischem Wege getroffen wird, obwohl das mein Wunsch wäre. Aber wahrscheinlich wird sich die Ukraine für eine Art Deeskalation des Konfliktes entscheiden, um diesen in eine andere Phase zu übertragen. Ein direkter Beweis dafür ist auch, dass Kiew das Format der Antiterror-Operation in eine Militäroperation geändert hat. Das sind erste Anzeichen. Wir werden sehen, zu was sie bereit sind. Unterscheidet sich die Antiterror-Operation von der Militäroperation? Ehrlich gesagt merken wir nichts davon. Die Streitkräfte der Ukraine haben in den letzten zwei Jahren ziemlich viel Territorium in der sogenannten Grauen Zone erobert. Werden sie solche Eroberungen und die Besetzung von Ortschaften in der Grauen Zone in Zukunft dulden? Leider gibt es auf diese Frage zwei Antworten. Genauer gesagt zwei Punkte, auf die ich aufmerksam machen will. Erstens war der Begriff Graue Zone im Minsker Abkommen nicht festgelegt. Und es ist bedauernswert, dass Alexander Huck von der OSZE bestätigte, dass die Ukraine das Recht habe, den Begriff Graue Zone zu verwenden. Doch ich möchte Ihnen trotzdem antworten. Im Minsker Abkommen ist eine klare Trennungslinie festgelegt, also jene Stellen, die man nicht verlassen darf. Ist ein bestimmter Ort festgelegt, an dem Sie sich aufhalten sollen, dann sollen Sie sich genau dort aufhalten und an keinem anderen Ort. Wenn Sie die Trennungslinie in unsere Richtung verlegen und damit die Graue Zone einnehmen, dann verstoßen Sie gegen das Minsker Abkommen. Dort gibt es keine Graue Zone. Es ist jedoch eine Linie festgelegt, die nicht überschritten werden darf. Und deshalb verstößt nicht nur die Ukraine gegen das Minsker Abkommen, auch die OSZE verstößt dagegen. Und das ist viel schrecklicher und bedauernswert als das, was die Ukraine tut. Mit der Ukraine stehen wir auf Kriegsfuß. Die OSZE muss so etwas so kontrollieren und darüber informieren, dass die wichtigsten Postulate des Minsker Abkommens verletzt wurden. Die Linie, an der sich die Gegner befinden. Habe ich Sie richtig verstanden? Die OSZE beobachtet die Situation nicht genau genug? Nein, sie ließ das Minsker Abkommen nicht genau genug. Wenn Sie es richtig lesen würden, genauer gesagt, wenn Sie es einfach nur lesen würden, müssten Sie der Ukraine sagen, dass sie kein Recht auf diese Graue Zone hat. Dass Sie sich dort aufhalten sollten, wo Sie sich befinden. Die OSZE hat das nie gesagt? Nein, und Sie wollen es nicht sagen. Das ist das Schlimmste. Wir sind nicht an den Begriff Graue Zone gebunden. Wir sind an den Begriff Trennlinie gebunden. Sie befindet sich? Sie ist klar auf der Karte eingezeichnet. Haben die Streitkräfte der Volksrepublik Donetsk in den letzten zwei Jahren Gebiete in der Grauen Zone erobert? Sagen wir es so. Wir haben unsere Stellungen verbessert. Mehr als die Ukraine? Es ist schwer, das zu vergleichen. Ich denke, nicht weniger als sie. Wir haben unsere Stellungen verbessert. Wie halten die Menschen in der Volksrepublik Donetsk das aus? Die ständige Anspannung und die Angst über die ganzen vier Jahre, dass die Ukraine Städte erobert. Wie halten die Menschen das psychologisch und sozial durch? Wir leben das vierte, das fünfte Jahr im Krieg in der Hoffnung und dem Glauben, dass wir früher oder später unser gesamtes Land, den gesamten Donbass befreien, dass wir den Gegner besiegen und dass bei uns Frieden einkehrt. Wir leben nicht in Angst, dass wir erobert werden. Wir haben keine Angst. Sie sollten vor uns Angst haben. Wir kämpfen für die Wahrheit und für unser Land, für die Gräber unserer Vorfahren und für das Recht, die Sprache zu sprechen, die wir sprechen wollen. Deshalb haben wir keine Angst. Wir haben unseren Glauben und die Hoffnung, dass wir einmal nach Krasnoyamysk, nach Slaviansk, nach Kramatorsk zu unseren Familien, unseren Verwandten, unseren Müttern, Vätern in unsere Häuser zurückkehren werden. Das ist die Hoffnung, mit der wir leben. Angst haben wir keine. Haben Sie den Eindruck, dass die Menschen von Ihnen etwas Großes erwarten? Natürlich. Was konkret? Alles. Die Wirtschaft, die Sozialpolitik, die Innen- und Außenpolitik, der Sieg, der Krieg. Das ist eine normale Erwartung an jeden Staat. Das Volk muss von der Regierung und den Menschen, die dem Volk dienen, fordern, das Bestmögliche zu tun. Das Unmögliche zu schaffen. Nicht 100, sondern 1000 Prozent zu erreichen. Als wir diese Ämter, diese Posten angenommen haben, haben wir dem zugestimmt. Wir wussten damals, welche Anforderungen an uns gestellt werden und wie hoch die Latte liegt. Und Sie erklären, warum das jetzt nicht möglich ist? Natürlich. Viele Politiker, vor allem im Westen, meinen, die Minsker Vereinbarung sei eine der wichtigsten Errungenschaften auf dem Weg zum Frieden im Donbass. Was ist Ihre Meinung? Hat die Minsker Vereinbarung die ukrainische Aggression gegen die Volksrepublik gebremst? Das Minsker Abkommen ist ein riesiger Sieg für die russische Diplomatie und für die Volksrepubliken Donetsk und Lugansk im Allgemeinen. Weil wir die Ukraine dazu bringen konnten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Zumindest in so einem Format. Dies ist die einzige Plattform, mit der wir den zerbrechlichen Frieden aufrechterhalten können. Doch die vollständige Umsetzung der Vereinbarungen des Minsker Abkommens wird heute von der Ukraine gebremst. Das Minsker Abkommen zahlt sich für die Ukraine nicht aus. In dem Abkommen ist die Ukraine in einen Rahmen gezwängt, in dem sie ihrem Volk nicht erklären kann, wie es dazu kam. Sie können ihrer Armee nicht erklären, warum sie den Kampf mit die Walze oder andere Kämpfe verloren hat. Darum brauchen sie das Minsker Abkommen nicht. Dass die Plattform zu 100 Prozent nicht effektiv ist, ist die Schuld der Ukraine. Was meinen Sie, wie kann man jetzt den Frieden im Donbass erreichen? Zwei Möglichkeiten. Erstens, die Ukraine kapituliert und wir nehmen die Gebiete ein, die wir für unsere angestammten Gebiete halten. Zweitens, das Format der ukrainischen Staatsmacht, mit der man sich an den Verhandlungstisch zu schätzen kann, ändert sich. Sie meinen, dass die Ukraine das Donetsker Gebiet vollständig an die Volksrepublik Donetsk abgibt? Das ist unser Hauptziel, unser Land zu befreien. Auf dem Territorium wurde 2014 eine Volksabstimmung zur Frage der Unabhängigkeit abgehalten. Alle Städte und Dörfer, in denen die Abstimmung durchgeführt wurde, gehören zum Gebiet der Volksrepublik Donetsk. Ist es möglich, dass die Streitkräfte der UNO den Frieden in der Volksrepublik Donetsk sichern? Sagen Sie mir bitte, wo die UNO jemals den Frieden sichern konnte. Nennen Sie wenigstens ein Land, wo die UNO-Streitkräfte zur Erhaltung des Friedens beigetragen haben. Jugoslawien? Es wurde einfach zerrissen. Das ist bitteschön Europa. Aus einem großen Land wurden Dutzende kleine. Soll ich Ihnen sagen, was sich unter den UNO-Streitkräften in Kroatien und Serbien, in Albanien, Montenegro, Mazedonien abgespielt hat? Sie wissen das selbst sehr gut. Schauen Sie, was heute in Afrika passiert. Wo haben die UNO-Streitkräfte den Frieden gesichert? Nirgendwo. Und sie werden ihn niemals sichern. Hat die UNO in Afrika nicht erreicht, dass Eskalationen gestoppt wurden? Nun wissen Sie. Um Konflikte einzufrieren. Sie fragen mich, ob der Frieden hier gesichert wird? Ja. Aber Frieden bedeutet nicht die Situation einfrieren. Die Situation einfrieren können wir auch selbst ohne Streitkräfte der UNO durchaus. Zweitens. Warum diskutieren wir über UNO-Friedenstifter? Es geht um die Schutzmission der OSZE, die übrigens schon vorgeschlagen wurde, sich Waffen für die Selbstverteidigung zu beschaffen. Aber sie wollten nicht. Welche Bedingungen hatte man damals? Erstens. Um die UNO-Friedenstifter herzubringen, braucht man die Zustimmung beider Seiten. Die Zustimmung der Volksrepubliken Donetsk und Lugansk und die der Ukraine. Wenn es diese Zustimmung nicht gibt, darf sie laut UNO-Charta diese Formationen nicht einsetzen. Und wenn sie die UNO-Streitkräfte ohne unsere Zustimmung hier einsetzen, werden wir dies als internationale Intervention ansehen. Ist das überhaupt möglich? Dass wir die so ansehen werden? Nein, dass die Streitkräfte der UNO hierher... Ich habe in letzter Zeit so viel Irrsinn gesehen, insbesondere in Europa, dass mich nicht wundern würde, wenn die europäischen Politiker nicht nur Doppel-, sondern ganze Dreifach- oder Fünffachstandards haben. Darum möchte ich alle warnen. Wenn dies ohne unsere Zustimmung erfolgt, werden wir das als Intervention ansehen. Meine Vorfahren hatten in meiner Heimat bereits eine Intervention erlebt, die zur Bildung der UdSSR führte. Damals begann jedoch alles mit einer Intervention. Zu uns kamen Engländer, Franzosen, Japaner, wen es dort nicht alles gab. Moment, das für diese Länder endete, ist auch bekannt. Und wir werden so etwas als Intervention ansehen. Ohne unsere Zustimmung sind das bewaffnete Formationen, die hierher kommen. Gegner, die uns vernichten wollen. Deshalb werde ich als Mann und als Militärangehöriger meine Familie, meine Ehefrau, meine Kinder vor jährlicher Intervention schützen. Wenn es gemäß einer Vereinbarung geschieht, dann gerne. Die Trennlinie zwischen unseren Stellungen sind Patrouillen, das Bewachungspersonal der USZE-Mission. Ein begrenztes Kontingent mit nicht mehr als 1.000 Mann, wenn das so wird. 1.000? Wofür? Für zwei Republiken reichen 1.000 Mann völlig aus. Sie sollen direkt zwischen unseren Schützengräben stehen. Mehr noch, sie können in unseren Schützengräben sitzen. Oder in den Schützengräben der Gegner. Aber nur in den Schützengräben, nicht in der Stadt. Ich will nicht, dass meine Stadt zu einem Ruhrort für irgendwelche seltsamen Leute wird, die aus irgendwelchen Ländern hierher kommen. Wir haben eine 1.000-jährige Kulturgeschichte. Und wir verstehen sehr gut, dass ich keine weiteren 1.000 Militärangehörigen in die Stadt lasse. Was sind die wichtigsten Bedingungen für eine Stationierung der UNO-Streitkräfte in der Volksrepublik Donetsk? Spricht man uns darauf an, denken wir darüber nach. Solange uns niemand darauf angesprochen hat, ist es verfrüh, darüber zu reden. Kann die Ukraine fordern, dass die Streitkräfte der UNO das Territorium der Volksrepublik Donetsk von Russland abtrennen? Ich will Ihnen ehrlich sagen, was wir wollen. Wir wollen, dass Frieden herrscht. Wir wollen, dass das Leben hier besser wird. Wir wollen eine Rakete bauen, die in den Weltraum fliegt. Doch derzeit haben wir leider weder eine Startrampe noch die Technologien. Vielleicht schaffen wir es irgendwann und starten einen Satelliten ins All. Doch das sind Wünsche. Und ich verstehe sehr gut, dass es unmöglich ist. Auch die Ukraine will viel, versteht aber nicht, dass es unmöglich ist. Wir sind uns über die Folgen unserer Handlungen im Klaren. Die Ukraine ist sich über die Folgen ihrer Handlungen nicht im Klaren. Deswegen ist alles, was sie an Wünschen äußert, nun es ist ihre eigene Sache, die Sache der Ukraine und ihrer Politiker. Dieser Konflikt hat zwei Seiten. Und wenn uns die, wie Poroschenko gesagt hat, stärkste Armee Europas schon das fünfte Jahr nicht bezwingen kann, dann denke ich nicht, dass ihr UNO-Truppen dabei helfen werden. Ganz zu schweigen davon, dass wir keine einzige Einheit an unserer Grenze mit Russland lassen. Keine ukrainische und keine von der UNO. Wenn sie wollen, sollen sie auf russischem Territorium stehen. Auf unseren Boden kommen sie jedenfalls nicht. Sind Sie zufrieden, wie der Gefangenaustausch mit der Ukraine läuft? Nein, wir sind absolut unzufrieden. Hier die kurioseste Sache, eine paradoxe Sache. Jeder Gefangenaustausch hinterlässt immer wieder mehr Fragen als Antworten. So auch der größte Austausch, den wir diesen Winter hatten. Auch er hat mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Welche Fragen? Ersten sind da die Menschen, die getauscht worden sind. Wir haben ihren Tausch überhaupt nicht erbieten. Da sind Leute, die für Ordnungswidrigkeiten verhaftet wurden oder wegen positiver Äußerungen über die Volksrepublik Donetsk. Wir kennen diese Leute überhaupt nicht. Das sind weder Militärangehörige noch politische Gefangene. Das sind keine Verwandten von uns, die die Ukraine als Geiseln nimmt. Diese Menschen hat die Ukraine einfach auf der Straße festgenommen, ihnen Separatismus vorgeworfen und sie dann mit uns getauscht. Sprich, die Ukraine hat Geiseln genommen und tauscht sie dann mit uns. Wir hingegen geben nur Menschen zum Tausch frei, die mit der Waffe in der Hand zu uns gekommen sind oder aber wegen Spionage bzw. Sabotage auf dem Territorium der Volksrepublik Donetsk verhaftet wurden. Das sind Feinde. Wir verhaften nie irgendwelche Alkoholiker, Schuldner oder Leute, die im betrunkenen Zustand gesagt haben, dass sie die Volksrepublik Donetsk hassen. Die tauschen wir nicht. Wir tauschen Militärangehörige. Aber Sie nehmen diese Menschen auf. Würden wir sie aufnehmen, gäbe es keinen Platz mehr in unseren Gefängnissen. Tatsächlich haben wir mehr Demokratie als jedes Land in Europa. Welche Hilfe erhält Ihre Republik heute von Russland? Bei den Renten, bei den Gehältern für Soldaten und Polizisten, bei den Ausrüstungen und militärischen Ausrüstungen, bei den Militärberatern und bei den sozialen Projekten. Wie weit hilft Russland? Renten zahlen wir selbstständig. Die Besoldung der Militärangehörigen und der Ordnungshüter bestreiten wir aus dem Budget der Volksrepublik Donetsk. Die humanitäre Hilfe, die die russische Föderation uns leistet, ist riesig und umfasst Ausrüstung für die Industrie, Ersatzteile für Kraftwerke und Fabriken und zusätzliche Baumaterialien. Aber auch jene Freiwilligen, die zu uns kommen, sind eine riesige Hilfe. Das ist ein Budevolk, das sind unsere Verwandten, die zu uns freiwillig kommen, nicht auf Befehl des russischen Präsidenten oder des russischen Verteidigungsministeriums. Wie viele Menschen sind das etwa? Je nach aktueller Lage, wenn der Konflikt akut wird, also der Krieg sich ausweitet, dann sind es Zehntausende. Wenn es ein schleichender Krieg ist, so wie jetzt, dann in etwa Hunderte. Heute ist es so? Bis Tausende. Ja, das ist nicht viel. Fängt aber ein großer Krieg an, wird er also auch gut, dann kommen Menschen aus ganz Russland zu uns, dann sind es Zehntausende. Inwieweit kann sich die Volksrepublik Donetsk heute selbst versorgen? Sie haben Landwirtschaft, sie haben Stahl und Kohle und können das nach Russland oder an jemand anders verkaufen. Auf welchem Stand befindet sich die Wirtschaft der Volksrepublik heute? Wir sind eine recht gut versorgte, ziemlich selbstständige Gegend. Was das Budget und die Kassen betrifft, das bekommen wir ganz gut hin. Unser Besteuerungssystem ist im Prinzip ganz gut. Unsere Unternehmer fühlen sich mehr oder weniger gut. Natürlich mit dem Abstrich, dass hier Krieg herrscht. Wir müssen den Krieg berücksichtigen. Doch es wäre besser, wenn wir das gesamte Territorium des ehemaligen Donetsker Gebietes unter unserer Kontrolle hätten. Denn das Donetsker Gebiet ist ein einheitlicher Organismus, gerade im finanziellen und im wirtschaftlichen Bereich. Das heißt, die Betriebe, die sich hier befinden und diejenigen, die sich auf dem Territorium unter temporärer Kontrolle der Ukraine befinden, inklusive des Hafens von Mariupol, bilden einen industriellen Kreislauf. Wäre dieses Territorium ganz unser, könnte dieser Prozess möglicherweise schneller laufen. Doch nun ist das Thema nicht akut. Von allen großen Betrieben steht nur eine Fabrik still, das Rohrwerk von Trzysk. Alle anderen Betriebe sind mehr oder weniger am Laufen. Mit Abstrichen wegen des Krieges und der momentanen Zerstörung. Wir treiben mit der ganzen Welthandel, sogar mit Europa. Mit Deutschland? Auch mit Deutschland unter anderem. In Deutschland kaufen wir Industriegeräte und liefern Rohstoffe. Was ist unser einziges Problem? Die Waren erreichen uns nur auf sehr langen Umwegen. Keineswegs direkt, so gern wir das auch hätten. Auf diese Art arbeiten wir mit der Türkei und mit China, mit allen Ländern zusammen. Mit den Philippinen, mit Bangladesch, mit Indien und Pakistan. Auch unsere Beziehungen mit Afghanistan erstarken gerade im hohen Maße. Mit den langen Wegen meinen Sie bestimmte Grenzen? Nicht über die Ukraine zum Beispiel? Nein, das ist ja auch klar. Zwischen uns liegen Minenfelder. Wir können keine Güter durch die Ukraine fahren, leider. Wir würden natürlich einen direkten Transit bevorzugen, sogar einen Handel ohne Transitregelungen. Die Volksrepublik Donetsk ist bereit, bei Bedarf in Lwov eine Zollgrenze einzurichten. Doch leider ist das noch nicht realisierbar. Das verstehen wir natürlich sehr gut. Naja, wir treiben eben Handel über irgendwelche Wege. Wenn Sie wollen, können Sie eine grandiose Reportage drehen. Ich zeige Ihnen Geräte aller Art, Traktoren, Elektronik und Fabrikmaschinen. Eingekauft in Italien, in Deutschland, Holland, Polen, Frankreich. Die westlichen Medien schreiben... Der Handel kennt keinen Krieg, leider. Der Handel geht immer nach dem Geld. Die westlichen Medien schreiben, dass es in ihrer Republik keine Demokratie gibt, dass es hier unterirdische Gefängnisse und Folter gibt. Was meinen Sie zu diesen Vorwürfen? Gibt es denn Demokratie in Europa? Dort gibt es auch Unzulänglichkeiten. Wie bringt man es überhaupt fertig, uns so etwas vorzuwerfen? In fünf Jahren haben wir keine Demonstrationen mit Gummegeschossen oder Wasserwerfern aufgelöst. Schalten wir den Fernseher an, dann sehen wir, bei euch passiert so etwas ständig. In jedem Land Europas, mal hier, mal da. Wir befinden uns im Kriegszustand. Es gibt Artillerieattacken. Mal sprengt jemand etwas hier mittendrin in die Luft. Mal an unserer Grenze. Doch bei euch explodiert alles und ständig. Sie beschuldigen Menschen und verhaften sie wegen dieser Beschuldigungen, nur um sie eine Weile später wiederziehen zu lassen, weil die Anschuldigung nicht aufrechterhalten werden kann. So etwas haben wir nicht. Wir befinden uns im Kriegszustand. Ich wiederhole noch einmal, bei uns ist Kriegszustand. Jeder Staat unter Kriegsrecht schränkt natürlich bestimmte Freiheiten seiner demokratischen Gesellschaft ein. Sagen Sie bitte, wie viele Menschen sitzen heute in der Volksrepublik Donetsk im Gefängnis? Insgesamt befinden sich in allen Strafvollzugsanstalten derzeit etwa 9.000 Menschen. 2013 bis Anfang 2014 saßen in denselben Gefängnissen mehr als 18.000 Menschen ein. Bei uns sitzen also nur halb so viele ein wie zuvor unter der Ukraine. Nur zum Vergleich. Verbrechen mit Schusswaffen haben wir pro Quartal Achtung, drei. Drei Verbrechen bei einer Bevölkerung von zweieinhalb Millionen. Können Sie mir sagen, wie viele Straftaten mit Schusswaffen es in Berlin gibt, in nur einer Stadt? Wahrscheinlich mehr. Hunderte mal so viele. Tausende wohl nicht, aber pro Monat haben sie mehr als wir pro Quartal. Ich habe so meinen Verdacht, dass sie pro Tag mehr Verbrechen haben als wir pro Quartal. Punkt. Gibt es Journalisten, die bei Ihnen im Gefängnis sitzen? Wissen Sie, der Begriff Journalist und Blogger? Also dieser Begriff. Für mich ist ein Journalist jemand, der akkreditiert ist. Nicht jemand, der sich nur Journalist nennt. Nehmen wir Sie. Sie sind Journalist. Sie respektieren Ihren Beruf. Sie respektieren die Klasse Mensch, mit der Sie gemeinsame Interessen haben. Sie haben ein bestimmtes, nennen wir es Klassenethik, Pastas oder Berufsethos. Sie haben gewisse Verhaltensregeln, richtig? Und wenn Sie Journalist werden, durchlaufen Sie bestimmte Prozeduren, die das alles sicherstellen. Wenn ich mich Journalist nenne und anfange im Internet irgendwelche Texte oder Videoclips zu veröffentlichen, bin ich dann für Sie ein Journalist? Dann sind Sie ein Blogger. Also bin ich Blogger. Bezieht sich Ihre Frage nur auf Journalisten oder auf Blogger? Wenn Blogger auf unserem Territorium Sabotage betreiben, Truppenbewegungen preisgeben oder Propaganda gegen die Volksrepublik Donetsk betreiben, nicht Kritik an die Regierung, sondern direkte Aufrufe zu deren Absetzung mit Waffengewalt, dann sind das in der Tat Verbrechen. Und sie werden einsetzen, wenn sie sich dessen schuldig machen. Wenn aber Blogger ihre Meinung sagen und die Regierung kritisieren, bitteschön, wir sind eine ganz normale demokratische Gesellschaft. Schauen Sie nur, wie viele Blogger wir haben, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung ohne Angst ausüben. Warum wohl sitzen sie nicht ein, obwohl manche ihrer Äußerungen durchaus als Staatsverrat deutbar sind? Dabei haben Sie Pässe, der Volksrepublik Donetsk, sind Einwohner unseres Staates. Haben die Menschen die Möglichkeit, zwischen verschiedenen politischen Parteien und verschiedenen Richtungen zu wählen? Wir haben längst ein Zweiparteien-System. Wir haben zwei Parteien. Eine stellt die Regierung, die andere die Opposition. Wir haben auch öffentliche Bewegungen. Bitte sagen Sie, mehrere bekannte Kommandeure wurden in den letzten zwei Jahren getötet. Givi, Motorola, Mamiyev. Direkt im Zentrum von Donetsk gab es Anschläge. Welche Konsequenzen haben Sie aus dieser Situation gezogen? Wie haben Sie Ihre Arbeit geändert, damit es in Zukunft keine Anschläge mehr gibt? Wie genau sind Sie ums Leben gekommen? Nehmen wir den letzten Vorfall, das, was mit Mamiyev passiert ist. Er kam an der Front ums Leben. Übrigens der einzige Offizier, der an vorderster Front ums Leben kam. Nimmt man aber Arsene oder Mischa, Motorola und Givi, die sind bei Terroranschlägen ums Leben gekommen. Beachten Sie bitte, die Volksrepublik Donetsk hat keinen einzigen Terroranschlag auf dem Territorium der Ukraine verübt. Wir sind Soldaten, wir sind gewohnt, mit der Waffe in der Hand dem Gegner von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, nicht ihm in den Rücken zu schießen. Doch wenn Ukrainer Krieg führen gegen in Anführungszeichen Terroristen, und sie nennen uns Terroristen, dann verüben sie Terroranschläge auf unserem Territorium. Wir tun so etwas nicht. Und ein Terroranschlag, wenn man ihn gut vorbereitet, ist sehr schwer abzuwenden. Es gibt einen ganzen Maßnahmenkomplex, aber nicht einmal der Geheimdienst. Ich bin mir sicher, der deutsche Geheimdienst ist besser ausgerüstet als unserer. Er hat mehr Möglichkeiten und ist vor allem besser finanziert. Und trotzdem kann er nicht alle Anschläge auf deutschem Boden abwenden, richtig? Sie finden trotzdem statt. Dasselbe hier. Ich sage Ihnen noch mehr. Es sind nicht nur Motorola und Givi, Mamai und Alex. Tatsächlich kommen jeden Monat Jungs ums Leben, die schon seit 2014 bekannt sind, aber weniger Kontakt mit Journalisten hatten. So ist der Krieg nun mal. Und wir sind im Kriegszustand. Gegen Sie gab es auch Anschläge? Ja. Wie viele? Den Rekord von Fidel Castro habe ich noch nicht geknackt. Ich sage Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist. Gut, was machen Sie? Wie verstärken Sie den Schutz? Sterben will natürlich niemand. Nur Deppen sagen, ich habe keine Angst vor dem Tod. Alle haben Angst. Sterben will keiner. Aber dem Schicksal kann man nicht entfliehen. Wie dein Geburtsmal, so auch dein Schicksal. Sie sagen, das sei Schicksal? Na ja, es gibt so ein Sprichwort. Komme, was wolle, ändern kannst du es nicht. Wer im Feuer umkommen soll, der wird schon nicht ertrinken. Und Sie haben eine Frau und Kinder? Frau und Kinder. Und Sie? Auch gegen Sie gab es ein Attentat. Wirklich? Meine Frau ist die Frau eines Frontoffiziers und ein echtes Donbass-Mädel zum Pferdestielen. Ich bin stolz, dass wir hier solche Frauen haben. Und stolz, dass unsere Frauen die Männer zu Taten inspirieren. Nur dank Ihnen wird ein Mann zum Helden. Das wird schon werden bei uns. Der Sieg wird kommen. Wann werden Sie sich wieder zur Wahl stellen? Ihre Amtszeit endet? In diesem Jahr. Ich habe das schon auch bekannt gegeben. Im November geht es los. Wird das Staatsoberhaupt direkt gewählt oder vom Parlament? Im Rahmen einer direkten Volksabstimmung. Und es gibt schon verschiedene Kandidaten? Erstens ist die Zeit noch nicht gekommen, Kandidaten aufzustellen. Doch hier ist ein Lagewelt. Auch für die Blogger, von denen Sie gesprochen haben. Wir lesen die Blogger sehr aufmerksam für unsere Analyse. Es gibt sehr viele Kandidaten. Ich denke, jeder Zweite aus der Opposition würde gern in diesem Sessel hier Platz nehmen. Wohl doch eher jeder von ihnen. Sie träumen den ganzen Tag davon und gehen auch mit diesem Gedanken schlafen. Um zu kandidieren? Um Oberhaupt der Volksrepublik Donetsk zu werden. Es gibt sehr viele Kandidaten. Sie können gern eine Art verdeckte soziologische Befragung bei unserer großartigen Opposition durchführen. Sie werden alle sagen, ich will für den Posten des Staatsoberhauptes der Volksrepublik Donetsk kandidieren. 2014 hatten alle Angst davor, aber 2018 kann man ruhig kandidieren. Wir haben absichtlich die vier Jahre abgearbeitet, damit alle ruhiger werden und an den nächsten Wahlen teilnehmen können. Vorher wollte leider keiner von ihnen kandidieren. Was ist das größte Problem in Ihrer Republik im humanitären Bereich? Politische Anerkennung durch die Weltgemeinschaft. Wir wollen nichts anderes. Wir bitten niemanden um Geld. Wir brauchen weder den IWF noch Kredite. Wir können selber Kredite vergeben, aber nur kleine. Politische Anerkennung dagegen brauchen wir dringend. Und hat man uns erst politisch als unabhängigen Staat anerkannt, dann hat es auch die Wirtschaft deutlich einfacher. Wir werden viel besser leben, besser sogar als viele europäische Länder.